herzlich willkommen zu einem anfänger guide für zerstörer bin der defle fahre schiffe und zwar zerstören mittlerweile seit sechs jahren konnte ich einiges an erfahrung sammeln in world of warships speziell auch mit der klasse der zerstörer auch kurz genannt die abkürzung für damage dealer es geht in diesem video erst einmal um eine erhöhung für anfänger von mir persönlich es muss nicht die ultimative sein andere können sicherlich auch anderer meinung sein es ihnen gegönnt diesem video geht es darum was nach meines erachtens für anfänger am wichtigsten und am einfachsten zur einordnung dieses videos wir schreiben das jahr 2021 und die spielversion 0.10.4 sprich in darauf folgenden versionen zum späteren zeitpunkt kann sicherlich hier und da etwas an mechanik an schiffen oder an ganzen forschungsbäumen geändert worden sein kurz zusammengefasst zerstörer was sind die aufgaben eines zerstörers zerstörer haben an den vorteil einer sehr guten verborgenheit die verborgenheit ermöglicht es den zerstörern für die eigene flotte gegner zu spotten bricht ungesehen an die gegner herankommen so dass die eigene flotte die gegnerischen schiffe unter beschuss nehmen dann ist natürlich auch eine große aufgabe der zerstörer das macht es beursachen von schaden wie mehr an großkrampf schiffen sich an kreuzern aber vor allem an schlachtschiffen und zurückträgern dafür stehen verschiedene bewaffnungen zur verfügung bei den meisten zerstörern torpedos und die hauptbewaffnung die kanonen es gibt unterschiedliche zerstörer im spiel die verschiedenen gewichtung eher richtung ganz haben oder richtung torpedos besseres concealment haben oder verschiedene andere gadgets dabei aber das soll in diesem video gar nicht thema sein es geht speziell darum dass nach meiner meinung die einfachsten zerstörer sind für anfänger um überhaupt im spiel damit erfahrung sammeln zu können dann fangen wir auch direkt an mit meiner empfehlung am einfachsten nach meines achtens sind japanischen torpedozerstörer warum wir haben sehr sehr gutes concealment richtig werden spät gespottet sie verursachen den hauptschaden mit den torpedos der umgang mit den torpedos kann man hier wunderbar erlernen und forschungsreihe der shimakasa auf tier 10 gibt wird hat sehr sehr schöne schiffe die angenehm zu spielen sind hier und da gibt es ausnahmen die etwas stärker sind die vergleichbare zerstörer auf der tierstufe aber hauptsächlich sind torpedozerstörer im japanischen baum die reihe der shimakase die zuverlässig schaden mit torpedos machen man muss um die japanischen zerstörer erforschen zu können erst die hashidate ein wenig spielen in zufallsgefechtkorb was auch immer für gefechte um erfahrung sammeln zu können um die kurkuma freischalten zu können sobald man diese freigeschaltet hat ausrüstung splittet sich der baum in den tier 3 tenryu kreuzer oder in den tier 2 hase zerstörer sprich man muss so viel erfahrungspunkte gesammelt haben um sich jetzt hier zum beispiel den typ 2 mod 2 feuerleitanlage leisten zu können von den erfahrungspunkten credit punkten dann kommt man auch schon kase jumi kasa hat auch verschiedene ausbaustufen das sind die und ausbaustufen und die nächsten module die freigeschaltet werden können sind der umikase b rumpf bringt etwas mehr treffer punkte ein haupturm mehr etwas flack was allerdings auf der tierstufe eher zu vernachlässigen ist und es ist dann ein typ 44 mod 2 torpedowerfer zu erforschen die reichweite erhöht sich dadurch auf acht kilometer die torpedogeschwindigkeit erhöht sich unter höchstschaden was sich verringert ist die ladezeit in den in tooltipp der hier aufgeploppt ist sind grün die verbesserung im vergleich zu den eingebauten modulen und in rot die verschlechterung sobald man genug erfahrungspunkte auf diesem schiff erfahren hat um den rumpf b erforschen zu können und im anschluss genug erforschen für die wacatake zu haben kommt man dann auch schon hier drei auch hier gibt es wieder ein b rumpf und so weiter aber anhand dieses schiffes möchte ich euch kurz die verschiedenen sachen auf dieser seite zeigen man kann verbesserungen einbauen bei tier 3 ist es möglich zwei verbesserungen einzubauen im ersten wenn man mit der maus drüber fährt sieht man schon was zu verbauen ist hauptbewaffnung station 1 hilfsbewaffnung bewaffnung modifikation 1 und munitionsmodifikt munitionsmagazin modifikation 1 wenn man mit links hier drauf drückt kann man sich das für einen gewissen creditbetrag dann einbauen lassen ausbauen geht nur wieder mit duplonen man käuflich erwerben muss oder sich erspielen kann im geringen marzen ansonsten kann man sie wenn man sie ausbaut dann nur noch verkaufen was das für vorteile sind wenn man sich hier verschiedene sachen einbaut sind in den tooltipps ersichtlich und eigentlich selbsterklärend im zweiten slot ist es genauso möglich und kann sich zum beispiel ein schadensbegrenzungssystem modifikation 1 einbauen für 250.000 credits was das risiko des brandes um 5 prozent reduziert und das wasserbus um 3 prozent ob man sich die 250.000 sparen kann auf tier 3 denke ja aber wenn man dieses schiff lang haben will und oft fährt ist es denke ich durchaus sinnvoll hier und da dann auch eine modifikation einzubauen auf höher stufigen höheren ist es denke ich verpflichtet sich die modifikation einzubauen weil man diese schiffe deutlich länger fährt um auf die nächste tierstufe zu fahren und dadurch natürlich auch deutlich mehr nutzen herausziehen bei bewaffnungen sieht man die bewaffnung die attacken zum hitzig bringt das sind die brenggranaten kurz he sind die ap granaten die anzerbrechenden granaten und natürlich die torpedos in dem fall haben sie eine ladezeit von 39 sekunden und verursachen einen höchstschaden von 9067 schadenspunkten die geschwindigkeit die reichweite die man sich unbedingt merken sollte und die torpedo erkennbarkeit zu wasser stehen dann hier auch noch zu den granatentypen abgefeuert durch die haupt artillerie die panzerbrechenden granaten kann man auf den niedrigen stufen würde ich sie in zerstörer zumindest in die forschungsbaum vernachlässigen die machen zwar einen höheren schaden wie he granaten in dem fall 1700 2000 was aber die ap granate kann sie kann abprallen muss eine panzerung durchbrechen den vollen schaden machen zu können die he granate detoniert per aufschlag und dadurch verursacht sie verlässig schaden und hat dazu noch die chance brände zu verursachen oder module zu zerstören oder zumindest zu beschädigen dann kommen wir zu den verbrauchsmaterialien dieser zerstörer hat schadensbegrenzungsteam dabei ist hat jedes schiff dabei dieses schiff hat nebelerzeuger dabei der für 20 sekunden ausgeworfen wird und nebelwand hält 69 sekunden nach 160 sekunden ist der nebelwerfer wieder aktivierbar bei drei ladungen heißt dass wir über das gesamte match was maximal 20 minuten geht drei ladungen verteilen können dann haben wir noch den motorboost was die höchstgeschwindigkeit des schiffes um acht prozent steigert hier neben haben wir den reiter für die einzelnen erde des schiffes die überlebensfähigkeit treffer punkte an artillerie gibt anzahl der kanonen an dem fall dreimal 120 millimeter ist das kaliber und auch dort steht zum beispiel solche werte wie brandwahrscheinlichkeit oder die schaden welche schaden welche granaten vor dann haben wir natürlich die torpedos in dem fall zweimal zwei werfer 533 millimeter es sind zwillings werfer zweimal zwei wie gesagt die wenn man einmal auslöst zwei torpedos auf jeden fall los schickt und mit dem anderen werfer weitere zwei man kann sie nicht einzeln abwerfen sondern immer paarweise die torpedoreichweite beträgt sieben kilometer bei der geschwindigkeit von 57 kno 7 kilometer reichweite sollte man sich auf jeden fall merken genauso wie den wert der verborgenheit diesem fall haben wir eine verborgenheit erkennbar zu wasser von 6,1 das heißt auf 6,1 kilometer nähern wir uns ein schiff und ab 6,0999 gehen wir auf sprich dass das andere schiff uns sehen kann und natürlich auch dementsprechend zu beschießen kann heißt aber im umkehrschluss bleiben wir auf 6,2 kilometer zum beispiel entfernung zu allen gegnerischen schiff und wir haben eine reichweite von 7 kilometer torpedos können wir torpedos ungesehen auf die gegner abwerfen und ohne dass der gegner ahnt dass ihr in der nähe seid ist es die wahrscheinlichkeit natürlich dass er diesen ausweichen wird erkennbarkeit zur luft habt ihr einen träger im spiel oder spotter flugzeuge in der nähe die werden euch auf zwei kilometer auf jeden fall entdecken die sichere erfassung von zwei kilometer bedeutet dass egal wo ihr steht der eine insel steht ob ihr in einem smoke steht oder hinter einem anderen schiff ihr werdet auf jeden fall sichtbar wenn ein gegner schiff auf zwei kilometer angefangen oder ihr herangefahren sein wenn ihr im nebel steht und die haupt artillerie abfeuert seid ihr auf jeden fall auf 2,2 kilometer sichtbar sprich wenn ein gegnerisches schiff auf 2,2 kilometer an euch heran ist habt ihr wahrscheinlich irgendwie vielleicht an der positionierung was falsch gemacht oder ihr wurdet einfach überrascht gehen wir mal kurz zum äußeren man hat die möglichkeit tarnung einzubauen mit verschiedenen boni signale 1 anzubringen mit verschiedenen boni und man hat die möglichkeit flaggen einzubringen die reine dekos diese möglichkeit der tarnung signale und auch jetzt darauf folgen mit kapitänen wird nach und nach im spiel freigeschaltet werpas der werpas sind diese zugangsstufen die je nachdem wie viele erfahrungen und rechte ihr absolviert habt bestimmte sachen freischalten oder gewertete zusätzliche freie ep bringt es das freischalten der kapitäne also auf jeden fall hier darauf achten wenn ihr noch keine signale kapitäne oder szenarios freigeschaltet habt könnt ihr diese natürlich bis dato noch nicht fangen so kurz zum gefecht und zwar das wichtigste minimap erst mal zu den tastenkombinationen hält man die strg taste gedrückt auszeige und dann kann man hier aufs zahnrädchen drücken und sich verschiedene kreise ein beispiel feuerreichweite torpedoreichweite erkennbarkeitsreichweite zu wasserwehre torpedoreichweite sind die verschiedenen kreise die man empfehlen würde ich schiffsnamen und zahlenwerte zu den reichen ansonsten haben noch die taste h gedrückt halten dort sieht man noch mal die werte zusammengefasst über kennbarkeit reichweiten und verschieden reichweiten von den flachs ähnlichen hier haben wir dann die gegner die roten sobald man einen anvisiert hat steht dort ein fadenkreuz will man ein anderes ziel hier unten hat man die bewaffnungsarten ae ap torpedos wie eingangs mit erwähnt jetzt wähle ich mal die torpedos und man sieht hacker wählt man noch mal drei ändert sich der fächer maler fächer in dem fall hier wechseln wir zum beispiel auf ae das sind die schütze die gelben kreise sobald sie eingezielt werden grün und dann können wir links klick mit doppelklick wenn wir schütze abfeuern wie man sieht habe ich gerade schaden an einem verbündeten gemacht sollte vermieden werden kann man schiffe beschießen so hier haben wir eine tenrio anhand des weißen markers sieht man wohin werfen wir einfach mal ein paar torpedos und feuern mal drauf dieser marker zeigt auch zuverlässig an ob das schiff beschleunigt oder ob es verzögert auch darauf sollte man unbedingt achten je weiter vor dem schiff der marke ist desto schneller fährt ist natürlich hier haben wir jetzt ein torpedotreffer machen können so hier geht unser verbündeter raus also wenn wir mal zusehen dass wir hier noch weg mal noch rauskriegen bekamen wir hier mehrere torpedowerfer die uns helfen können wenn man die torpedos genau auf die linie absetzt bedeutet das nichts anderes dass dieses schiff in hart richtung geschwindigkeit anpasst sondern diese beibehält das ist natürlich ziemlich unwahrscheinlich weil meistens drehen sie leicht oder ändern die geschwindigkeit so was haben wir hier der verzögert wird gleich langsamer sprich rückwärts fahren und setzen wir auch mal ein paar torpedos zurück dieser hier hat wenig leben wird er hier hat wie gesagt angehalten nehmen wir ihm noch atropedos mit ging leider vorbei weil er wie man jetzt sieht beschleunigt jetzt haben wir hier für 35 sekunden einen ruderausfall entweder man wartet die zeit ab oder man tut es eher und repariert es jetzt haben wir hier vor uns eine norweg man sieht ganz gut dass er wegdreht setzen wir mal einen davor einen direkt drauf und in der freifahrt ansonsten setzen wir hier nochmal ein paar drauf natürlich nach möglichkeit nicht die eigenen versenken sprich aus zweiter reihe so wie ich jetzt gerade muss man wirklich genau gucken wo die eigenen schon hinfahren weil teamschaden ist nicht nur unbeliebt sondern auch ziemlich schädlich für die fähigkeit des teams noch gewinns so dann hier noch ein bisschen da noch ein bisschen rammende eigenen schiffe verursachen zwar auch teamschaden aber lange nicht so viel von daher ich zu ernst nehme natürlich ist es ärgerlich wenn man blockiert wird aber sich deswegen aufregen nur weil sich mal einer verfährt dann kommen wir zum schluss noch auf die kapitäne zu sprechen in diesem Fall haben wir Punkte Kapitän drauf die man durch erfahrung steigern kann man kann sich die Kapitän auch kaufen Credits dort haben sie dann erstmal gar keine erfahrung dann hat man hier die verschiedenen Fertigkeiten die von klasse zu klasse unterschiedlich sind beim selben Kapitän dieser Kapitän auf einen Zerstörer sitzen kann auf verschiedene Arten geskillt werden die mit dem gelben Marker Wargaming empfiehlt die würde ich als Anfänger auch auf jeden Fall folgen zumindest kann man dort nichts falsch machen natürlich kann man sich wenn man eingespielt weiter spezialisieren und mit bis zu 21 Kapitänspunkten einen spezialisierten auf dieses Schiff spezialisierten Kapitän zusammenbauen wichtig wäre zu wissen dass für diese erste Reihe man einen Kapitänspunkt braucht also verringert sich fünf für die zweite Reihe braucht man zusätzliche zwei Kapitänspunkte das verringert sich drei und so weiter in dem Fall kann ich hier noch drei Punkte einsetzen und für die nächste Reihe bräuchte ich vier Kapitänspunkte zum Beispiel den Tarnmeister zu skillen der nochmal zehn Prozent die Erkennbarkeitsgleichweite verringert noch ein kurzes Fazit Zerstörerfahren macht Spaß ist aber Übungssache also bleibt dran in diesem Sinne man sieht und beschießt sich Ciao, euer Defle